Was ist denn das? Steckt der die halbe Tüte her durch Chips? Gut gesungen, Wille. Willst du es auch gleich singen? Wille, ich hab dich gesungen. Aber nicht noch mal. Jetzt, jetzt mach ich das rein. Ich will nicht Freizecker, du willst schon. Du willst schon. Ja, verstehe ich. Nimm den Maximilian Wiese. Wo ist der Maximilian Wiese? So, jetzt spielen wir das letzte Spiel. Das heißt...